Und jetzt schauen wir uns mal bei den Gemälde an. Das Porträt ist 30 Jahre alt, aber Mr. Brygo ist noch immer genauso aussehend wie aktuell. Express und Exzess heißen die beiden Tänzer. Das hat schon wieder was. G-String-Theory. Können wir mit denen reden? Mit Express und Exzess? Ach, ist das quasi irgendwie so eine prostituierte G-String-Theory. Mit einem Wissenschaftler-Fetisch. Also für Wissenschaftler-Fetisch-Menschen. Okay. Okay. Ja, jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt nicht genau, wo mich jetzt meine Untersuchungen hier hinführen. Ich muss ziemlich sicher da in den Raum. Irgendwie. Ich versuche einfach mal hinter die Theke zu gehen. Schloss knacken. Heimlich bitte. Hey, hey, hey! Wo denkst du, du gehst? Verdammt. Herr Braigo, Red Hats. Ich schaue jemanden, zu erzeugen. Nach links. Hallo wieder, Red Hats. Bis zum nächsten Mal, Red Hats. Oh Mann, ich liebe dich. Der Rats ist in seiner Laufzeit. Ich habe nie zu fragen. Ich habe 100 Familien-Typen geklappt. Oh, den Disco-Bot habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der ist wirklich Disco-Bot. Der Disco-Bot, ein modifizierter Oktotron. Ausgerüstet mit Lautsprechern und Lichtern haut rockige Melodien raus. Präsent Request, Party-Humans. Keine Anfrage für den Augenblick. Willkommen zu Little Vegas, Freunde. Willkommen zu Blackjack? Eine kleine Führung bekommt dir ein Seat an der Tafel und gewinnt sogar Geld. Ähm, HIT! Die Geberin platziert 4 auf euren Stapel. Ihr habt bereits 3 und Bube, das macht insgesamt 17. Das ist aber, 17 ist immer echt blöd, oder? Aber gut, HIT ME! Das macht 20! Yes! Stand! Immerhin! Die Geberin dreht ihre Hole-Card um und zeigt US! Mit ihrer ursprünglichen 3 ist das eine 14. Sie nimmt eine Karte, die Geberin legt 6 nach, damit hat sie 20. Sie bleibt dabei und hat insgesamt 20 gegen eure 20. Spielt wieder? Nur ein kleines Bett? Ihr habt noch einen der alten Braigo-Klassiker, oder? Er war früher in der Real-Vegas 3-Karte-Mobil in der Real-Vegas. Ich könnte das auch spielen. Ein leichter Regeln. Ein kleines Bett, und ich legte 3 Karten. 2 oder 10, und eine eine Queen. Pick old Queenie, und ich bezahle dir sogar Geld. Nee, danke. Wie du möchtest. Diese Tafel ist immer heiß. Komm zurück, irgendwann! Warum bist du mit mir? Fuck! Fuck! Ich bin so schrutt! Wie... Total! Pfff! Hammer kleiner Wirrkopf! Äh... 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 Wo liegt das Problem? Ich ging drüber, damit meine... Höchst trees zu dem Reiß kleines fulfil .... B-B B-B-Bow or anything, or... ...márias war das! Wieso? Warum bist du ohne die Drogen tot? Wir sollen dir also dabei helfen, deine Drogen zu bekommen. Wo genau befindet sich der Stoff von dir? Ist es sicher? Auf, 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 in der privaten Wohnung? Hier ist die Kombination. Schaut euch an den ... Private Party. Interessant. Ich werde mal schnell speichern und dann gehen wir in die Privatparty. Oh, oh, oh! Was machst du hier drin? Das ist eine private Party. Der Mann ist riesig, voller Narben und riecht wie ein Destill ... ... äh ... ... äh ... ... Destillierklo? Destillierklo? Ich weiß nicht, was das ist. Seine Füße schwanken. Ähm ... Wir müssen nur schnell an den Safe da drüben. Jemand hat uns gebeten, dort ein Paket zu holen. Ha! Du meinst sch-sch-sch-sch-sch-Shakes? Du Rentser-Running-Errands für ein Junkie? Geh raus! Wir werden diese Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Na gut, vergess es. Genieß die Party! Nein, nein, nein. Du wirst nicht so einfach. Die lokale 168 liebt nicht, dass sie aufzupackt werden. Oder sie mit sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Was wir lieben, ist zu kämpfen. Und das ist, was diese Party hat erlangen. Ist das richtig, Gru? Seine Freunde jubeln. Also, los geht's, Runts! Es ist Zeit, zu tanzen. Hey, jetzt! Hör auf! Wir looking for a throwdown nicht funcionen. Wir kommen keine At payer. Es sollte aber niemanden reb影ieren. Was wollte ihr wieder? Vielleicht können wir Du euch helfen? Jetzt bist es eine Union. Die alma Normungsger Direct average Nummer 168. Organized when we was working in the yard in Steeltown. Pay with shit, conditions were brutal, ours were criminal. So we unionized. Smart, right? Not so much. Boss Markham sacked us and hired a bunch of refugees to take our jobs. So we had to find a new way to make coin. Decided we could use our muscles for fighting just as well as mining. And reformed as a mercenary company. Local 168. Best there is. If you can afford union rates. Also, wir wollen eigentlich nur was aus dem Safe. Ach so, warte mal, wenn wir schon dabei sind. Wir suchen nach einem Marschall namens Delgado. Ja, wir sahen ihn. Das war eigentlich logisch, ne? Ah, naja, okay. Also, wir wollen eigentlich was aus dem Safe. Na gut, wir sind hier fertig mit euch. Äh, hatten wir das nicht schon? In Ordnung, wir sind fertig mit euch. Okay, warte mal. Wo ist der Safe, zu dem ich muss? Da hinten ist er. Ich muss da hinten hingehen. Na, jetzt hör auf zu pübeln. Okay, das war komisch. 1, 6, 8 1, 6, 8 Rhino Focus und den Verschweißer. Eine Laserkanone benötigt vier Mechanik. Wow, das ist irgendwie cool. Ich weiß aber nicht, ob das jemand benutzen kann und ob's gut ist. So, haben wir doch gut gelöst, ne? Dafür gab's sogar ein Level-Up für ein paar von uns. Äh, können wir gleich mal gucken. So, mehr Koordination. Jawoll. Und? Und? Hm, mehr Tierflüsterer. Können wir das Cyborg-Hun nämlich holen? Fällt mir grad ein. Sehr gut. Mehr Mechanik für den Laser. Wie viel brauchen wir für den Laser, den wir grad bekommen haben? Laser. Der ist nämlich auch so lila. Das ist auch irgendeine... äh, lila-orange umrandet. Das ist auch irgendeine Spezialwaffe. Dieses ragbare Gerät kann Ziele aus der Entfernung reparieren. Haha. Was? Verschweißer ist nicht wissenschaftlich genau. Äh, genau. Das stimmt schon. Aber es ist sehr viel einfacher auszusprechen als Distanzgehäuse-Nanoharz-Reparaturstrahl. Haa, interessant, interessant. Ein Entfernungs-Reparaturspiel. Abfeuern von Con wiederher... Aber... Aber nicht bei Menschen, oder? Kann nur bei mechanischen Zielen verwendet werden. Ein Reparaturstrahl-Laser-Dingens. Grundsätzlich interessant, wenn ich mal Roboter... äh, Freunde oder das Auto oder vielleicht auch Cyborg-Freunde hab, möglicherweise. Aber jetzt momentan eigentlich noch nicht sinnvoll. Mehr Koordination. Aber definitiv. Und... Ich glaub, ehrlich gesagt, dann... brauch ich jetzt nicht unbedingt mehr Mechanik. Damit investier ich in noch mehr verrückter Wissenschaftler. Und... Dann können wir noch einen Punkt in Führung investieren. Ich mein... Warum nicht Verbündete in der Nähe werden dann stärker, wenn der ein guter Führer ist? Und... Vielleicht gibt's ja sogar mal Dialogoptionen oder ähnliches dafür. Also, warum nicht? Feichern! 1, 6, 8... 1, 6, 8... 1, 6, 8... Was willst du? Weiß nicht. Ich muss nur... zu den kleinen Vegas-Brothel-Frienden. Sorry, ich bin schon seit ein paar Jahren weggebekommen. Das Gesicht dieses Mannes ist eine Schraffur aus Narben. Als du dich näherst, lächelt er professionell. Hello... Oh, hey, Kwan! Looking for a good time, I assume. Sorry, Ken. Me and my friends are here on business today. Rangers? Meet Kendall. Colorado Springs finest purveyor of sins of the flesh. Kendall? That's my name. Yes. Excuse me a moment. Er dreht sich mit einem starren Gesicht um und eines seiner Mädchen beugt sich vor. Du musst wirklich nicht über das fragen fragen. Er hatte eine Verständnis mit Mr. Brygo und sie haben seinen Schraffur ausgelöst. Schmählich wie eine Ken-Doll. Entschuldigt? Das macht ihm eine große Pimp. Das ist nicht sehr schön. Sprechen wir darüber ein wenig sexy-time. zu verbringen. Rangers, you're not actually going to recreate in this disgusting place. Of course. Here at the Little Vegas brothel we offer a royal flush of ladies and gentlemen of the evening. There's the lovely ten of hearts. The handsome jack of hearts. The imperious queen of hearts. The mighty king of hearts. The unsurpassed ace of hearts. And for those of you who like it weird and wild. There's the one and only Joker. So, pick a car. Any car. Yeah, okay. Erzähl uns was über Herz 10. Ah, yes. The ten that goes to eleven. The sweetest, most beautiful, most delicate and tender of lovers. The girl who's broken a thousand hearts, but never left one unsatisfied. Our most popular Fille de joie. Ah, most popular. Oh, hat der Marshal etwa eine persönliche emotionale Bindung aufgebaut zur Herz 10? Was ist mit dem Herz Buben? Er ist wein, selbstabsorbt, narcissistisch sogar, aber mit guten Gründen. Er ist der wunderschönste Mann in den Rocken. Er kann nicht deinen Namen erinnern, wenn du durch bist, aber, Erzähl uns was über die Herzkönigin. Erzähl uns was über Herzkönig. So, und dann hätten wir da noch... Ach nee, stimmt gar nicht. Herz Ass erst noch. Wenn du die Geheimnisse der Kunst der Liebe findest, dann findest du keinen besseren Lehrer als unsere Ace. Wahrscheinlich, sie hat ein paar Mal über den Block war, aber die Reise hat ihr mehr über das Gelegen und Bezüge als alle anderen Erzählungen kombiniert. Dann fehlt nur noch Joker. Oh, okay. Äh, verstanden. Okay. Äh, ich hätte noch ein paar ganz andere Fragen. Natürlich, aber bevor wir zu anderen Themen zurückkommen, musst du wissen, dass, wenn du entscheidest, zu entdecken, du betrachtest die Eskorte direkt. Nicht ich, okay? Jetzt, was anderes willst du wissen? Okay. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Bye. Bye. Okay. Vielen Dank.